Hey Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video hier auf Maxim Community. Ich will nicht zu lange rumreden und ab mit dem Video. So Leute, ihr kennt doch alle meinen Discord-Server. Es wird langsam weniger und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist Discord-Server zu langweilig oder soll ich da irgendwie Games oder mit euch telefonieren? Ja bitte, kommt bitte rein. Ja, ein Freund von mir hat mehr drin als bei mir. Ja, und das war nur das. Und ich bin ein bisschen traurig. Bis zum nächsten Mal, haut rein und peace out, meine Freunde.